Sind Sie nicht süß, die beiden? Wie lange sind Sie verheiratet? Es werden jetzt... 40 Jahre am 18. Juli. Eine sehr gute Gelegenheit für ein Treffen der gesamten Familie. Das wird ein Gemetzel. Lass uns zieh mich ein! Katastrophe. Der Spaß ist jetzt endgültig vorbei. Ein ganzer Haufen an Sozialfällen dank unserer Schwiegersöhne. Was haben wir dem lieben Gott nur angetan? Keine Ahnung. Keine Ahnung.